Wach auf, Kenway. Ist Thatch da? Ei, wir machen schon noch was draus. Eine Flotte hätte hier Platz, wenn wir wollten. Und mit etwas Arbeit könnte es ein schönes Zuhause werden. Überzeugt vielleicht sogar, mein Weib hierher zu kommen. Du bist also verheiratet? Vor Gott bin ich das. Sie verließ mich vor einer Weile. Trotzdem, behalte das bloß für dich. Die meisten Piraten respektieren keine Männer mit höheren Zielen als Saufen und Plündern. Bei meiner Ehre. Lass mich wissen, wenn du was findest. cuht, nicht mehr. Ah. Edward, komm mal her. Ich hab was gefunden. Das muss. Oh, das muss ich sehen. Komm her, Mann. Huh. Oh, das muss ich sehen. Oh, das muss ich sehen. Ist das von diesen Maya oder den Azteken? Kannst du gut rätseln, Edward? Denk- und Knobelspiele und dergleichen? Nicht schlechter als jeder andere. Warum? Ich glaube, du hast ein Naturtalent. Wie du arbeitest und denkst. Und wie du deine Umwelt verstehst. Da wär ich nicht so sicher. Jetzt gerade sprichst du in Rätseln und ich verstehe kein Wort. Glättere auf dieses Ding hier in Ordnung. Hilf mir, was zu lösen. Konzentriere dich auf all deine Sinnen. Sehe durch Schall und Schatten. Du siehst in die Materie. Bis du etwas siehst und hörst, eine Art Schimmer. Einen Schimmer. Du verstehst mich? Ich denke, ja. Ich habe es bereits gesehen. Ja, ich kenne das Gefühl. Ich habe es seit meiner Jugend. Als nutzte man alle Sinne gleichzeitig, nicht? Geräusche sehen und Formen hören. Welch Kombination. Alle Männer und Frauen auf dieser Erde verfügen über eine tief verborgenen... Du bist ein talentierter Mann, Edward. Sieht sonderbar aus. Ob es was wert ist? Nichts zum Verprassen. Doch wenn du sie alle findest, führt es dich zu etwas Großem. Wie viele? Ein paar Dutzend, glaube ich. Hier lang. Ich muss dir noch was zeigen. Ich habe hier noch etwas gefunden. Ich glaube, dieses Geheimnis... Auch jetzt raus völlig Club, 베 Carrie... Es ist noch zu Ende. Hermann Firmaklang. Sieht nicht so? Sieht nicht so. Sieht nicht von einem Schlagzeug... Sieht nicht auf! Sieht nicht so 그리고 Steins. Oh. 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 Das ist der Stoff aus dem Rätselsinn. Oh. Nicht schlecht, oder? Warte nur, bis du siehst, was am Ende liegt. Da wären wir. Was denkst du? Ich glaube, Monsieur Ducasse hatte sehr viele Geheimnisse. Ei, und sieh hier. Eine solide Treppe, die Gott weiß, wohin führt. Was glaubst du erwartet uns da oben? So wie ich Ducasse kenne, wäre ich nicht überrascht, ausgefuchste Folter- und Mordinstrumente zu finden. Eine eiserne Jungfrau oder eine Sammlung Daumenschrauben. Oder den Fürst der Finsternis. Schon mal kein guter Anfang. Das aber ist ein pfiffiges Ding. Probier mal den Schlüssel von Ducasse. Nummer eins. Fehlen noch vier. Ei. Es mag sein, dass diese vier Templer sie haben. Siehst du den Namen hier? Sie wurden entsandt, um diese vier Ziele zu töten. Teufel, die Karte habe ich Gouverneur Torres in Havana verkauft. Laut ihm zeigt sie die Stützpunkte von Assassinen. Meinst du nicht, du bist ihnen eine kleine Warnung schuldig? Zumindest, wenn irgendeine Art Herz in deiner Brust schlägt. Das könnte ich wohl. Wenn es mich zu den anderen Schlüsseln führt. Lieber eine schlechte Ausrede als gar keine. Die Karte hat es nicht umgett. Der Fall ist ein Trenum. Aber wie war ein Gericht in die Stützpunkte? Stützpunkt hat es nicht umgekommen. Was ich nicht umgekommen? Die Karte karte, ist er. Eine Karte. Die Karte. Oh Oh Huh Oh 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.